Markus Kahn Herzlich Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zum EU-Vision Song Contest The Walking Dead. Kennt ihr das? The Walking Dead? Boah, hey, war ich platt, was da für gruselige Gestalten über den Bildschirm tapern. Bis ich gemerkt habe, das ist ja live, das ist ja der Parteitag der CSU. Poppensock, was wirst du wissen? Bayern ist ganz der Wissen. Schock nie heut noch. Schau doch, da gibt's den Söder, der wird ja immer blöder. Schock nie heut noch. Mit der Staat Nummer 9, England. Ne, die spielen ja gar nicht mit, stimmt ja. So, aber mit der Staat Nummer 10, ups, schon wieder die USA. Ahnungslos an der Macht, wer hat dich dahin gebracht? Es ist zwar erst Mittag, aber ich geh mir jetzt einen Anze auf. Okay, sei unbesorgt, von mir erfährt es keiner. Bist du irre? Der ist Praktikant. Das darf niemand erfahren, sonst denkt jeder, ich bin Alkoholiker. Nein, nicht Roland Wehr, sondern Patrick Jeder aus der Politikredaktion. Okay, jetzt ist alles klar. Was jeder denkt, soll niemand erfahren. Das Internet, das Internet, das Internet, das Internet, das Internet, das Internet, der Ding ist da. Ich hab jetzt auch einen Saugroboter, doch leider saugt er nie. Er sagt, er hat ein Attest vom Arzt, wegen einer Stauballergie. Die Geräte werden cleverer und die Verbraucher dümmer. Ein Ratschlag auf einem faltbaren Kinderwagen. Achtung, Kind vor dem Zusammenklappen entfernen. Ihr seht die Welt mit Scheuklappenbrille. Doch das ist um Gottes Willen nicht Gottes Willen. Guten Abend Herr Wader. Ich habe meinen Job verloren. Früher war ich der Schreck des Universums. Aber diesen Job machen mir heute andere streikig. Typ wie Trump, Putin, Erdogan oder Benjamin Blümchen. Ich bin jetzt Atemtheraport. Moskau, Moskau, da geht ein starker Mann, der sogar nackt reiten kann. Ho, 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 ho. Hey, Moskau, Moskau. Ein Sporttrinkmann, ein Elixier. Olga heißt nun Flanimir. Ho, 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 ho. Hey! Twitter, Twitter, vieles ist weise. Nur einer schreibt Scheiße und der ist Präsident. Eine Studie hat herausgefunden, dass Frauen, die ein bisschen übergewichtig sind, länger leben als Männer, die das erwähnen. Er wollte den Raum mit Strahlern fluten. Es gab einen Kurzschluss, da ging alles geschwillt. Dann sagte er nur noch, ich nehm das rote Kabel. Was er nicht wusste, er war farbenblind. Ich bin extra, holt mich hier raus! Diesen großen Kontinent wird viel investiert. Doch auf jeden Cent wird das 20-fache wieder rausgezogen. Doch der Wohlstand bei uns ist auch deren Gewinn. Schließlich stellen wir da paar Brunnen hin. Das ist doch alles gerecht und ausgewogen. Dank an Europa und Amerika. Ja, selbst an China. Ach, wie gut. Wir haben Afrika. Und sag, ich hätte gerne drei Kugeln x Large in der Low Carb Dinkel Waffeltüte. Einmal Goji-Beere-Basilikum. Einmal Blumenkohl-Ingwer. Und einmal Alge-Karamell de Sol mit Chiasamen-Topping. Das war Kabel in Hoffnung, die Show ist nun aus. Habt euch lieb und kommt gut nach Haus. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.